Walach in der Bahn Walach von Skagen aus der Marlene von Pludernick. Gezüchtet ist er von Anita Grafschmidt in Mecherlich und im Besitz von Daniela Baas in Blicke-Til-Galsdorf. Ja, ein ganz interessanter gefärbter Walach in einer ganz dunkelroten Farbe. Das sieht man sehr selten. Wir haben hier schon die hellroten gehabt, aber der ist schon sehr besonders jetzt hier heute. Jetzt geht es im Trab auf und rum. Die Richter gucken auf die Korrektheit der Bewegung. Das heißt, mit den Beinen gerade und auch Schub und Sprung in der Bewegung. Hier ist Lalom und die Blumentapfe. Und da gucken wir mal, wie er seiner Führerin folgt. Das macht er für den Dreijährigen ganz ordentlich. Super. Dann links um in den Stangenlabyrinth. Für ein so junges Pferd mit drei Jahren ist das hier schon mächtig viel Trubel auf der Messe. Und deshalb ganz bewundernswert, dass er das schon alles so artig macht. Genau. Jetzt bis zehn zählen. Und dann rückwärts wieder raus. Richtig aufpassen, dass er nicht auf die Stranden tritt. Super. Klaffe. Anhänger, willst du oder willst du nicht? Ja. Wir probieren. Toll. Tini geht als Helfer mit. Das ist denn die, die die Stange zumacht. Sie darf nicht nachhelfen. Das heißt, die Peitsche kommt weg. Ja, das ist natürlich wahnsinnig aufregend. Lass ihm ruhig Zeit. Wir haben da gar keinen Stress. Wir haben da gar keinen Stress. Ja, ich denke, er hat es hier versucht mit dem Anhänger. Das ist auch okay, dass sich ein Dreijähriges fährt. Das ist total okay. Die Plane macht er wieder ganz souverän. Ich denke, einen großen Applaus für dieses toll erzogene Pony auch. Einmal im Exterieur getestet haben und einmal im Interieur getestet haben. Und sie haben ja alle beobachten können, was sie hier machen mussten. Gleich einmal an der Hand vorstellen, wie die Stuben auf. Kein Slalom zwischen zwei Steinen mit rückwärts richten, sauber rausgehen, ruhig bleiben, verladen, überplanen, überlaufen. Alles so Sachen, die man, wenn man unterwegs ist, immer braucht, was sie immer machen müssen. Und da mussten wir uns jetzt für die, da mussten wir denen einzelne Noten geben. Und das haben wir getan und uns entschieden, wer, oder danach, wer gewonnen hat. Und das hat die 47. Jetzt der Jüngste im Team, war auch der Liebste im Team. Gehen bitte mal vorziehen. Meine herzlichen Glückwunsch. Der hat das alles gemacht. Beim Verladen hat er so ganz klein bisschen, er ist nicht brauchen. Aber er hat es gemacht mit kleinem Anlauf. Hat einen kleinen Moment gedauert, aber er hat es dann klippig und schön gemacht. Und alle anderen Sachen hat er immer mit seiner Führerin mit, immer direkt an der Hand geblieben. Er ist nicht einmal zur Seite gegangen, gar nichts gemacht. Das war richtig schön. Und jetzt wird das auch. Mein Glückwunsch. Am 2. Ich trau, wie geht's. Hallo. Mit diesem schönen Ring und mit Applaus möchten wir die Jorschau hier beenden für den heutigen Tag. Vielen Dank an alle Teilnehmer. An alle. An alle.